Ja, wo wir schon mal hier sind, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Ja, so kommst du immer an. Ja, so komm ich immer an, das stimmt. Aber was ich dich wirklich schon immer mal fragen wollte, ist, mit dem, was du hier so machst, sag mal, kannst du davon eigentlich leben? Wie, wie meinst du das denn jetzt? Ja, das ist bei mir ja so halbe-halbe. Ich gebe ja zur Hälfte Unterricht an einer Musikschule und zur anderen Hälfte verdiene ich Geld über Auftritte. Jetzt wollte ich wissen, wie das so bei einem Poetry-Slammer ist. Ja, also, um ehrlich zu sein, ohne Nebenjob ist es schon schwierig, über die Runden zu kommen. Also schon, also ich bin auch gerade akut auf der Suche nach einem 400-Euro-Job. Ja, also irgendwie so, eigentlich so Straßenreinigung oder Nachtwächter oder sowas. Obwohl jetzt, wo wir schon mal hier sind, also ich würde auch nach Hause kommen zu euch. Zwei Stunden die Woche und würde so Klassiker rezitieren zum Beispiel, ja? Also Heine immer gerne, Goethe unter Umständen, Rilke, wer meine Schmerzgrenze jetzt erreicht, aber das, da müsste man verhandeln halt. Ja, aber vielleicht bei einer Pause dann. Aber eigentlich muss ich wirklich sagen, also, wenn man momentan angesichts der Finanzkrise in diesen Zeiten Geld braucht, da sucht man auch keinen Nebenjob, da fragt man erst mal beim Staat nach. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe zuerst den Steinbrück angerufen und habe ihm das erklärt. Ja, und? Ich habe gesagt, ich könnte meine Schulden nicht begleichen, ja, weder beim Bäcker noch beim Bütchenmann. Und mein ganzer finanzieller Mikrokosmos stünde vor dem Kollaps, habe ich gesagt. Ja, hat fast funktioniert, ja fast. Also, weil das ist ja immer an so Auflagen geknüpft. Also, zum einen dürften jetzt meine, dürften dann meine Vorstandsgehälter in den nächsten Jahren nicht mehr 500.000 Euro überschreiben. Ja, aber das schaffst du, oder? Ja, das schaffe ich. Und zum anderen hätte das Finanzministerium dann Mitspracherecht an den Inhalten meiner Gedichte für die nächsten 70 Jahre. Und da habe ich dann abgelehnt. Ja, das hätte ich auch abgelehnt, ganz ehrlich, muss ich sagen. Also, ich stelle mir vor, romantische Liebeslyrik mit Textanteilen von Peer Steinbrück. Alles verfasst nach einem Mittagessen mit der Kanzlerin. Ja, aber ich würde trotzdem nochmal nachfragen, weil vielleicht haben die zumindest einen Nebenjob für dich. Ja, guck mal, vielleicht kannst du zum Beispiel, ich sag mal, als Gelddrucker nach Berlin. Ja, da brauchen die momentan Leute. Guck mal, so ein Rettungspaket, 500 Milliarden Euro, das ist nicht an einem Abend gedruckt. Das muss erst mal hergestellt werden. Ja, wie, und du denkst jetzt, die drucken da ganz viele Scheine, oder was? Ja, weißt du, die machen nur einen großen? Das passt die ganze Nullen überhaupt nicht drauf. Ja, das meine ich nicht. Nein, ich meine nur, die drucken doch da jetzt nicht irgendwie im Keller vom Bundestag 500 Milliarden Euro, oder? Also, ich meine, das ist doch mehr so imaginäres Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie jetzt imaginäres Geld? Ja, also von den 500 Milliarden existieren eigentlich nur 100 Milliarden tatsächlich, und 400 Milliarden sind mehr so Garantien, so Bürgschaften für den Handel der Banken untereinander. Das verstehe ich nicht. Ja, pass auf. Also, wenn jetzt eine Bank sich von der anderen Bank Geld leiht, um was zu kaufen. Ja, sagen wir mal, die Hypothekenschulden von 1.500 pleitegegangenen US-Bruchbudenbesitzern. Was Banken eben so kaufen. Ja, genau. So, und jetzt geht da irgendwie was schief, und dann ist das Geld meinetwegen futsch. Ja. Und dann kann die eine Bank der anderen Bank das nicht mehr zurückgeben. Und 1.500 gefändete Bruchbuden wollen die nicht. Das ist richtig, ja, genau. Und dann, siehst du, genau an der Stelle würde dann der Staat mit so Garantien, mit so Bürgschaften einspringen. Aber dann ist das doch kein imaginäres Geld mehr. Nee, dann ist es echt. Also, in dem Moment, wo es wirklich gewollt wird, also wo wirklich danach gefragt wird, ist es dann tatsächlich da. Dann ist es mehr so potenzielles Geld, sagen wir mal. Ja, stimmt. So, um die Schuldner und die Geschäftspartner zu beruhigen. Ja, aber ich meine, das ist doch genau das, was wir hier in Oberhausen momentan benötigen. Ja. Gibt's aber nur für Banken. Stimmt. Ja, aber das ist ja an sich auch kein Problem. Guck mal, zum Beispiel meine Stammkneipe. Das war vorher Kneipe, ist jetzt Raucherclub. Dann machen wir jetzt hier Oberhausen, vorher Stadt, jetzt Banken. Sagen wir einfach. Wir sind jetzt eine Bank. Gut, müssen jetzt vielleicht einige sich bereit erklären. Die sagen dann, hier, ich. Und müssen immer so mit dem Aktenköfferchen und so einem Schlips durch die Stadt laufen. Und der Rest der Oberhausen sind halt Aktionäre. Die sitzen so zu Hause, sind halt Aktionäre. Na klar. Und dann bauen wir überall noch so kleine Schalter auf, in der Stadt. Ja. Also Kontoausdrucker im Volkspark. Ja, damit es nicht so aussieht, so ein bisschen. Gasometer wird dann zum Tresor. Richtig. Und dann am Friedensplatz legen wir so einen schönen Sparkassenteppich aus. Das ist total super. Ja, und das Gute ist, wir brauchen ja gar nicht mal so viel Geld. Wir brauchen ja nur 1,2 Milliarden Euro. Das ist ungefähr 20. von dem, was Josef Ackermann nicht will. Wieso nehmen wir nicht direkt 10 Milliarden und dann geben wir Duisburg und Mönchengladbach auch noch was dazu? Das geht nicht. Wieso? Die sind ja keine Bank. Ich glaube, das klappt bestimmt. Also wenn Oberhausen das erstmal macht, wenn Oberhausen das erstmal macht, dann klappt das bei den anderen auch. Dann machen die das auch. Ja, super. Dann können wir fusionieren. Nee, fusionieren. Ja, Essen, Duisburg, Bochum, Dortmund, Oberhausen, machen wir die Ruhrbank. Ruhrbank. Und mit den Auflagen kommen wir ja sowieso klar. Ja, das stimmt. Wenn der Sparkommissar vom Land käme, der würde bestimmt mehr Mitsprachrecht haben wollen als der Steinbrück. Ja, ja, und wir zwei sind dann im Aufsichtsrat, weil wir die Idee gehabt haben. Ja. Brauchst du auch keinen 400 Euro Nebenjob mehr, weil da hast du ja ein 500.000 Euro Hauptjob. Ja. Ja, stimmt. Ja, obwohl, also mal ganz ehrlich, ich glaube, da gehe ich doch lieber zur Straßenreinigung. Ja, alleine mache ich das auch nicht. Wieso denn? Ach, weißt du, so ein Job bei der Bank, das hat mir einfach ein zu schlechtes Image. Sehr gut! So.... Also... Bye! Vielen Dank.